Hallo, mein Name ist Alessandra Elander und ich habe heute bei der Firma Essentiv einen Workshop besucht und war von Ingo Karsch, das ist der Trainer, der diesen Workshop heute für uns veranstaltet hat, begeistert, begeistert deswegen, ich bin Netzwerkerin, ich gehe sehr viel aus, ich schaue mir sehr viele Netzwerke an, um mein Unternehmen weiterzubringen. Das, was der Ingo heute für mich geschafft hat, und die Firma Essentiv, ist, so ein bisschen zu schärfen, wie ich meine Zeiteffizierung benutzen kann, um zu meinen Kontakten zu kommen. Und dabei hat sich für mich persönlich herausgestellt, dass so ein bisschen eine Landkarte, ein Steckbrief zu meinem persönlichen Zielmarkt, mir hilft, die richtigen Menschen anzusprechen. Und das habe ich hier so ein bisschen visualisiert für mich. Für mich war besonders spannend, dass wir sind im Nachhinein noch einiges in Blau dazu gekommen, dass wir uns mehrmals und viel tiefer zu dem Thema beschäftigt und einiges versprochen. Ich freue mich, ich bin schon sehr gespannt, wie ich das jetzt einfach umsetzen kann, werde. Ich werde es gleich ausprobieren und würde mich freuen, wenn das funktioniert, wenn ich mehr Erfolg habe. Ich bin davon überzeugt, weil so genau habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, wie ich meinen Zielmarkt erreichen kann. Vielen Dank!